Am ersten Platz, will ich sagen, das war wirklich die schlimmste Entscheidung bis jetzt in meiner Karriere, euch alle zu verlassen, weil ich habe hier fünf Jahre lang geblieben und habe alle fünf Jahre genossen und habe sich gefühlt wie zu Hause. Und das war mir das Wichtigste. Meine Familie hat sich auch hier gefühlt wie zu Hause und deswegen war das sehr, sehr schwer für mich und ich werde sicher hier zurückkommen, auch mit Familie, vielleicht nach der Karriere zu leben oder sowas, jetzt weiß ich nicht, aber ich bin hier ein Mann geworden, auch meinen Sohn bekommen, habe mit euch zusammen viel, viel erreicht und wirklich hat Spaß gemacht und ich will euch Danke sagen, Danke für alles, wirklich an den Verein, der hat mir viel gegeben, an den Staff, an den Spieler, an euch besonders, weil wir haben auch was Besonderes zwischen uns gehabt und ich hoffe, das bleibt auch so weiter und wir werden uns sicher oft hier sehen und ich wünsche euch alle, alle Beste. Ciao Jungs, danke schön.